Wenn sich die 364 Delegierten der Weltbischofs und Laien inklusive Frauensynode am Sonntag im Petersdom zum großen Abschlussgottesdienst treffen, dann haben sie wahrlich einen harten Sitzungsmarathon hinter sich. Aber einen noch viel längeren Weg vor sich. Den guten Willen und die Mühen der oft anstrengenden Beratungen, den kann man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun wirklich nicht absprechen. Im Mittelpunkt standen tagelange Treffen. Nein, wochenlange Beratungen, in denen man sich gegenseitig zugehört hat, sich immer wieder neu um Verständnis bemüht hat. Gebet, Meditation, diese spirituelle Methode der Zusammenkunft an runden Tischen, die wurde von allen sehr gelobt. Das offene Wort auch. Aber ob das reicht, um das wackelige Kirchenschiff bei all den aktuellen Herausforderungen wirklich sicher voranzubringen? Wer beim Marathon immer nur kurz vor dem Besenwagen läuft, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann nur noch hinterherläuft und schließlich total abgehängt wird. Es ist ohne Frage ein großer Schritt für meine katholische Kirche, wenn Laien eine Stimme bekommen, wenn eine kleine Minderheit, aber immerhin doch 54 Frauen, Farbe und Bewegung in die alte Herrenrunde bringen. Aber ob es reicht, wenn frei und offen gesprochen werden konnte? Ja, ein großer Schritt für die Kirche, aber ein klitzekleiner, kaum wahrnehmbarer Schritt für die Gesellschaft. Die hat derweil genug andere Probleme und wundert sich, wenn die kirchlichen Entscheidungsträger ihrem Laden eine einmonatige Synode über die Synodalität verordnen. Da dürfte es nach Ansicht vieler doch gerne ein wenig mehr sein. Wer sich jahrelang im Reformstrau ausgeholt hat, der hat einen hohen Aufholbedarf. Der muss mutiger die Nachfolge Jesu aufnehmen. Gott sei Dank ist das Rennen noch nicht ganz gelaufen. Im Herbst 2024 steht die Schlussetappe der Synode an. Wenn die drängenden Reformfragen dort nicht wieder nur an runden Tischen ausführlich besprochen werden, sondern auch mutig angegangen und beschlossen werden, dann könnte es am Ende immer noch heißen und die Kirche bewegt sich doch. Ingo Brüggenjürgen für DOMRADIO.DE